Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Eine unserer Rubriken heißt Gesichtsgymnastik. Bei mir ist Bosse. Und jetzt darfst du dein Meme-Spiel anschmeißen. Ja. Wir machen jetzt den Til-Schweiger-Look-Ali-Contest. Du musst nur ein Gesicht machen für ganz viele Begriffe, aber vielleicht hast du auch zwei. Okay. Ich bin gespannt. Ich sehe das bei mir auf Fotos, dass ich grundsätzlich immer nur das eine Gesicht machen kann. Wenn ich fotografiert werde und auf ganz viele Fotos, wo ich nicht weiß, dass ich fotografiert werde, das einfach auch immer schon so schräg ist, da werde ich jetzt keine Probleme haben. Ich habe auch meine Fotofresse. Ja, ne? Also ich habe die erste in den letzten zehn Jahren, habe ich eine zweite Variante dazu genommen. Ich lächle auch mal. Ich kann es eben ganz oft nicht. Also ich kann es eben nicht auf Kommando. Ich bin gespannt. Ja. Kommando jetzt, ne? Ja, Kommando. Kann ich nicht. Guck dich ganz genau an. Traurig? Weiß nicht. Wie kindertraurig? Traurig. Also wenn Kinder traurig sind, gucken sie eben so. Was aber auch schon so eine leicht, das heißt aber auch so etwas wie, auch ein bisschen enttäuscht noch, dass man jetzt gerade irgendwas nicht bekommen hat. Jetzt guckt mal, ängstlich. War das? Ja, geht doch. Aber das ist ja auch kein, das ist eher so erschreckend, ne? Wie hat man denn Angst eigentlich? Boah, kann ich nicht. Das ist auch einer der vielen Gründe, warum ich, ich kriege immer so viele Schauspielangebote. Textprobleme, Textlernen kann ich nicht. Und ängstlich gucken kann ich auch nicht. Das sind immer die beiden Gründe gewesen. So kommst du nie ins Zerjese-Fach. Ja. Versuch mal wütend. Das ist lächerlich. Ich glaube, ich brauche direkt, dass du in die Kamera geguckt. Guck mal, denn wütend. Hör mal. Das ist nicht so wütend, ne? So grubbe wütend. Boah, ich bin so schlecht, ey. Ich bin auch selten wütend. Was ist denn das hier für ein Spiel? Guck du mal wütend. Das sieht aus wie Brad Pitt gerade, ey. Wenn der wütend kommt? Ne, wenn der normal guckt. Guck doch mal. Wenn du wütend bist, dann zieht sich deine rechte Augenbraue ein bisschen hoch. Dann sollten die Leute aufpassen. Ja, dann sollten die aufpassen. Oder sich denken, wow, da kommt Brad Pitt. Gibt es beim Auflegen direkt eine Platte um die Ohren geballert, wenn die rechte Augenbraue hochgeht. Der ist ja wütend. Der ist ja wütend. Erschöpft. Ja, da muss ich ja gar nichts machen. Eben, du musst früher aufstehen. Ja, einfach nicht pennen. Entspannt? Da musst du jetzt nichts machen. Du machst einen mega entspannten Eindruck. Ich bin auch echt ganz entspannt. Entspannt müde. Kommt müde auch noch? Nee, schade. Aber erregt. Erregt. Freu dich erregt? Erregt, also da würde ich so gucken. Da würde ich die Augenbrauen so ein bisschen hochziehen. Mehr muss man, darf man nicht machen. Ja. Erregt, ich bin erregt. Wenn sich bei mir beide Augenbrauen hochziehen, dass die oben schon den Haaransatz berühren, dann bin ich richtig erregt. Das kriege ich jetzt aber gerade nicht hin. Ja, aber es hat voll erregt ausgesehen. Jetzt pass auf, jetzt wird es einfach. Skeptisch. Ich wusste, ich wusste, es kommt die Braue. Ja, die eine muss runter? Ja. Sieht aus wie Brad Pitt. Man sagt, ja? Ja, kein Witz. Echt jetzt? Ja. Alter, vielleicht sollten wir beide mal so ein... Irgendwas auf RTL, so ein Brad Pitt. Mit, also so, die Brad Pitt-Brassers. Da muss man ja einfach nur mit den Augenbrauen. Ganz einfach. Aber guck mal, so skeptisch, das meinst du jetzt nicht wirklich. Aber es ist auch schon wieder so ein bisschen zu cool. Ich kriege es nicht hin gerade. Das ist wie gesagt ja auch der Grund, warum ich nie von RTL angefragt wurde, ob ich da nicht mal irgendwas... So, einen habe ich noch. Doch, das ist auch machbar, äh, nachdenklich. Oder? Das ist doch die Denker-Geste. Nachdenklich. Ja. Das mache ich aber wirklich. Ja, ich auch. Mir ist letztens aufgefallen, als ich in Hamburg über die Straße ging und ein großer Mann zu mir sagte, ey, Alter, nimm mal Finger aus dem Mund. Da habe ich telefoniert und habe nachgedacht, dann mache ich auch mal Finger im Mund. Ah. Ich nachdenke. Das mache ich auch schon immer. Hat er mich angemacht, so den Finger aus dem Mund nehmen. Das ist, macht man das nicht? Nee, habe ich gesagt, oh, Entschuldigung, mache ich die wieder. Dann bin ich schnell weggelaufen. Also, wenn du nachdenkst? So, ich glaube, so mache ich das. Nicht so? Na so, das ist dann, wenn ich nachdenke, also wenn es jetzt noch schlimmere Nachdenken ist. Mehr als Nachdenken. Das ist aber eher so. Liegt aber vielleicht auch daran, weil ich einfach so dicke Finger habe, auf denen man sich da so gut ablegen kann. Mir ist es aufgefallen, wenn ich dann Interviews von mir im Schnitt dann mir nochmal angucken muss, dann, wenn ich überlege, zupfe ich immer in meinem Ohr. Stimmt. Ist dir auch schon aufgefallen? Oder machst du das auch? Nee, aber das ist auch so eine typische Geste, dass man eben irgendwie sowas zum Fummel braucht, ne? Das ist es wahrscheinlich. Ja, genau. Zick, zick. Haben wir es. Hat mich gefreut. Na, und mich? Na, und mich? Na, und, mich? Na, und mich? Na, und mich? Na, ich habe noch versucht,